Grüße, meine Freunde. Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Let's Play Minecraft PS4 Edition. Hier im wunderschönen Goldarion. Immer noch mit dabei ist der Vork. Geh'n doch. Geh'n doch. Ich hab' letzte Folge wieder nicht auf Timer geachtet. Ja. Master of Time Machine. Ja. Time Machine, take me away to a special place. Die DeLorean App. Ja, komm, ey. Hey, seit wann trage ich ne Uhr. Da hängt Eisen in der Wand. Es liegt Eisen in der Luft. Das haben sie damals auch gesagt. Oh. Ja, ich weiß, er war fies. Willkommen auf unserem deutschen Kanal. Haha. Du wirst keine Propaganda machen. Geht ja nicht. Shareplay geht ja nur mit Deutschen für Deutsche. Ja. Geht eigentlich auch nach dem Motto. Das finde ich auch ein bisschen. Von Deutschen für Deutsche. Wir wollen keine Italiener oder Österreicher. Nein. Shareplay. Die uns nicht ausgedacht. Hammer hat, oder? Einfach mal. Deutschland den Deutschen sozusagen. Ja, ich finde es einfach nur ein bisschen blöd mit diesem Shareplay allgemein. Das ist bescheuert. Das ist bescheuert. Das kannst du mit keinem in der Welt zocken. Oh, riesenglange Schiene da hinten. Das ist gut. Die können wir mitnehmen. Du hast so ne Karte dabei. Da reinzugehen. Ja. Check mal bitte deine, äh, was ist das? Die Y-Lon. Wir sind aus der Map. Y-Lon ist 30. Y-Lon ist 30. Das ist gut. Z ist minus 18. Ja, das ist wurscht. Aber Y-Lon brauchen, weil das die Höhe. Ja. Nimm mal gleich ein bisschen Holz mit. Wie? Hier donnert's. Alter, guck mal. Willst du mich verarschen? Wie tief geht's denn hier noch? Wenn wir da das Wasser runtergehen, dann sind wir auf Null. Ja. Ich geh einfach mal kurz hier so ein Stück runter. Ich auch. Oh! Vorsichtig. Da und ist Bedrock, ich seh's schon. Wie kann das sein? Oder ist das, äh, Obsidian? Das wird sich gleich herausstellen. Aber Lava ist hier keine, sonst wird's glitzern. Ja. Hier ist noch... Wow, Mann. Hier ist Kohle. Hier sind lauter Gänge. Ja. Guck mal. Voll die Gangs. Voll die Gangs. Cripsil Blood. Da, da, da. Ach ja. Hast du eigentlich schon die neue South Park-Staffel gesehen? Äh... Ich weiß inzwischen gar nicht mehr, was neu ist und was alt. Was neu ist und was alt? Ja, ich blick mittlerweile auch nicht mehr so ganz. Aber ich find alles gut, aber ich blick einfach nicht mehr durch. Weil es noch ein paar Folgen gibt, die ich von ein paar Staffeln nicht gesehen habe. Und dann weiß ich nie, ist es neu oder so von der älteren Staffel. Ich glaub, hier ist Sackgasse. Ich habe ja nur die ersten sechs Staffeln auf DVD leider. Ja, nur vor allem, ne? Hier ist Sackgasse. Gut, das sind auch, frag nicht, wie viele Folgen das sind. Und folgen wie viele, ich glaub, das sind drei Dis pro Staffel. Ich weiß es nicht, ich kann's nicht sagen. Äh, ich komm hier nicht hoch. So. Probieren wir es mal in die Richtung, oder? Da, wo die, äh... Oh, ja, da geht ein Gang weiter. Deep in this world. Ah, jetzt sind wir wieder in der Mine. Ja, doch, hier ist die Mine. Ja. Ja, gut. Vielleicht finden wir ja wirklich nochmal so einen Zombiespawner, weil Zombiespawner funktioniert vielleicht besser als, äh... Als so ein... Slime-Spawner. Ja, Slime-Spawner vor allem. Spinn-Spawner. Oh! Sorry. Hörst du das? Thor ist wütend auf dich. Ja, ich bin dover, geht. Wer ist Thor? Versuch doch. Du musst flüstern. Das waren, das waren die, äh... Wie heißen die? Die Ältesten auf dem Berg. Das waren die Graubärte. Die Graubärte, genau. Wenn sie reden, dann dollert's immer. Weil ihre Stimmen so mächtig sind. Ich finde diese ganze, diese ganze Story und Mythologie und wie sie das gemacht haben, echt der Hammer einfach. Ich finde Skyrim ist... All der fädophile Männer, die darauf warten, dass ein Jüngling sich den Berg besteigt. Äh. Okay, ich hab sie verärgert. Oh, in etwa. Naja, aber wirklich... Nein, Mami, tu mir nichts. Aber Skyrim war wirklich, glaube ich, mittlerweile das beste Elder Scrolls. Ja, deswegen freue ich mich auf Elder Scrolls Online. Ja, da freue ich mich auch drauf. Das werde ich übrigens natürlich auch let's playen. Spoiler-Alarm. Äh, was heißt... Ui! Uah! Was heißt Spoiler-Alarm? Moment, ich... Fuck! Ich entschärfe das mal. Fuck, hab ich mich jetzt erschrocken. Äh, nee, ich werde das... Das ist nicht gespoilert. Das habe ich schon mal erwähnt, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Aber ich werde es auf jeden Fall let's playen. Aber... Dafür wird wahrscheinlich... Let's play together. Dafür wird wahrscheinlich dann... Auch wenn es die meisten Leute trifft, äh, Minecraft weichen. Das sind nicht, weil ich jetzt Diamanten da hinter der Wand, oder? Ich leck mich doch. Nee, oder? Warte mal. Ah, du hast natürlich keine Diamantspitzhacke dabei. Äh, Diamant... Diamantspitzhacke braucht man ja nicht um Diamanten... Ah, das ist nur Kohle. Äh, Eisenspitzhacke brauchen wir. Das ist nur Kohle. Nur Kohle? Na toll. Aber hier... Pssst! Da oben. Ich bin verärgert, weil es keine Diamanten waren. Ja. Aber hier ist etlich viel Eisen. Wo bist du? Da bist du. Muss man grad gucken, ob ich hier war, hier war alles Eisen. Egal, dass wir mehr Eisen. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Ah, alter Vater. Aber wieso bekomme ich denn keine Erfahrungspunkte fürs Eisen abbauen? Ja, das bekommst du erst, wenn es geschmolzen ist. Das weißt du. Aber bei Kohle bekomme ich auch keine Erfahrungspunkte. Ja, weil es nicht schmelzen muss. Das ist auch beim Abbau. Ja, ich weiß, aber normalerweise bekomme ich immer beim Kohle abbauen, bekomme ich Erfahrungspunkte. Ja, und? Welches Level bist du denn gerade? 10. Hm. Schau mal. Schlecht. Wie machen wir das jetzt? Am besten ist, wir gehen hier so durch die Wand. Ja. Da oben ist ein, da können wir auch einfach einen Stein drüber setzen. Ja. Aber pass auf nicht, dass du in die Lava reinrottelst. Ja, ich schaue es mir gerade an, deswegen. Sei vorsichtig. Die haben es da oben heute wieder. Ja, die haben Streit. Du hast mal jetzt einen Schokoriegel gegessen, jetzt muss ich verhungern. Ich wollte es gerade sagen. Vorsicht. Ah, ich habe die Quelle gefunden. So. Das dürfte jetzt gleich versiegen. Ja. Und es wird dunkel, ich muss schon mal fackeln. Oh ja, gute Idee. Boah, verschwinde. Ja, du kannst ja auch Wasser drüber gießen. Aber dann ist hier alles mit Stein voll. Wollte ich ja eben nicht. Da hinten leuchtet es. Verzeihung. Da hinten leuchtet es, als ob wir schon mal gewesen wären. Ich würde eher sagen, wir gehen hier runter. Ich gucke nochmal kurz, was da hinten ist. Erkolle gehe ich lieber mal mit. Ich bin ja neugierig. Ja, hier ist ein Verpackung. Aber hier hinten war man noch nicht. Warte mal, ich hole erstmal kurz. Ich hole erstmal kurz hier das Gold. Ja, lass das mal weiter machen. Ich höre einen Zombie. Oh, ich höre einen Zombie. Der kann ja nur von da oben kommen. Warte, ja. Ich laufe gerade da hoch. Ja, hier ist es lauter. Schöne eins von uns. Alter, guck mal. Über uns gibt es keine Decke. Doch, aber die ist verdammt weit oben. Boah, ich höre. Ich höre schon mal schwer draus. Ich sehe immer noch keinen. Ich sehe da oben Gold. Gold sehe ich in der Dunkelheit, weißt du? Die ist auch nichts. Ne, das ist kein Gold. Oh. Eisen. Bisschen Eisen. Ich höre den Zombie, aber ich sehe ihn nicht. Ja, wenn wir Glück haben, ist es wirklich ein Zombie-Spawner hinter der Wand. Hier ist, hier, hier ist eine Mine. Ah, okay. Ich gehe die Mine weiter. Deswegen. Gut, dann sind wir zumindest noch irgendwo in der Nähe. Müssen wir mal ein bisschen drauf achten, wo wir... Ja, Creeper. Was? Geh weg. Oh. Der kam plötzlich. Und herzlich. Ich kriege aber auch gerade ein bisschen wenig Erfahrungspunkte fürs Collab-Bauen. Das sage ich ja. Ich bekomme gar nichts mehr. Ja, ja. Also in Destroys Online freue ich mich echt, weil... Ich weiß zwar nicht, wie lange du das zockst, aber ich zock's seit Morrowind. Ich hab's seit... Die Teile davor kenne ich leider nicht. Also ich hab's auch seit Morrowind gespielt. Aber Morrowind nicht so ausgiebig. Also angefangen habe ich dann richtig mit Oblivion. Ja, Dito. Aber was ich sagen muss, ist, dass Morrowind das bis jetzt beste und größte Waffenarsenal hatte von allen. Obst, äh, von allen Ender Scrolls-Zahlen. Ja, Morrowind hatte auch bis dato die größte Spielwelt mit über 5000 NPCs. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber... Ich hab mich leider auch nicht so richtig damit beschäftigt wie mit Oblivion. Also Oblivion ist gar nicht, ich will gar nicht wissen... Ich hab das auf PC mit drei Charakteren gespielt, mit weit über 300 Spielstunden auf der Playstation. Hab ich es dann auch nochmal gespielt und als dann die DLCs rauskamen... Ich hab's ja wesentlich später, bestimmt ein Jahr oder eineinhalb Jahre nach Release erst gekauft. Für die Playstation. Da hatte ich ehrlich gesagt kein Bock mehr, das auch noch auf der Playstation die DLCs durchzuspielen. Bei weit über 600 Spielstunden dann... ...hat man dann auch keinen Bock mehr. Ja, klar. Ne, ich hatte das damals... Ich hatte Oblivion, hatte ich durchgespielt. Ich glaub auch drei oder vier Mal. Und hab, äh... Das ist gut. Hab aber jedes Mal dann geachtet, darauf geachtet, dass ich diese... Diese, äh... Diese Bugs vermeide. Dass bei... Bei gewissen Quests und so, wenn du die in der falschen Reihenfolge gemacht hast, hattest du sofort einen Bug. Ja, wenn du einen gefötet hast, den du eigentlich noch gebraucht hast. Ja, genau. Du hattest dann irgendwelche Gegenstände dabei, die du nicht mit... Die du nicht mehr ablegen konntest oder... Ja. Irgendwas war dann. Oder irgendwelche Leute waren nicht mehr da, die du gebraucht hast und so weiter. Und das hab ich gehasst. Ich hab das so gehasst. Ich hab versucht wirklich immer, dass... Dass ich alles machen konnte. Und alles haben konnte. Aber ich muss zugeben, dass ich bei jedem Mal, was ich durchgespielt habe, immer wieder irgendwo was Neues entdeckt hab. Und das... Das ist das, was mich dann so geflasht hat. Flash! Ah! Das war die Universe. Du, 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 bum, 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 bum. Und das war-mum, bum, 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 bum. Ah! Par Warren! Das ist ja so überhaupt was. Die... Die... Vorsicht. 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 Ich sacheplasen. Vergeser nicht in sich. und dieses Verlust auf die Säge bis zum Witz mitnehmen Hauwien die Indien sind es könnte das schon mit dem es könnte eigentlich wirklich mal wieder neues ist kommt es rauskommen für misst es so was sagt denn dieses mal die Teil unserer DeLorean der Teil der Lorenz sagt wir haben noch zwei Minuten Zeit oder so zu mir jetzt zu mir dort als Gott 2 Minutes to Paradise war Nein, das war mein Schwer Hadesburger im Paradies Hadesburger, die schmeckt echt mies Also ich find's echt krass Und anstatt Elton John haben wir Jimmy Buffett Jimmy was? Hadesburger Oh, ich hab ne Kiste gefunden Da ist aber nix drin außer zwei Goldbarren Zwei Goldbarren, vier Eisenbarren und Kürbisse Na da Boing Jimmy Buffett Hier ist gar nix Ich glaub wir sind hier am falschen Ende der Mine Wrong turn Wrong turn 2 Wrong turn 3 Wrong turn 4 Und der Nachfolger von Fable 2 ist Fable 3 Nein, doch Ja, das war schon damals was Ja, das gibt's ja leider nicht mehr Oh, hier Black Devil Was, was, was Ah ne, hier ist auch Dead End Aber hier gibt's nochmal Eisen Ja, nimm's mit Nimm's mit und dann machen wir uns auf den Weg zurück erstmal Sonst kommen wir erstens On the highway to the danger zone Ja, sonst kommen wir erstens nie wieder hier raus Und zweitens Kommen wir Und dann wieder Und dann wieder Ach, hier hinten geht's noch weiter Und dann wieder Da steht ein Creeper Dann werden wir uns wieder verirren Und dann wieder So, was sagt die Uhr? So, die Uhr sagt, wir müssen hier einen kurzen Cut machen Alles klar So, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Also bis dahin, macht's gut Cheerio Ciao